hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge vom alpenfarm projekt in der letzten folge haben wir hier den hof gebaut und in der zweiten folge haben wir hier die gewächshäuser befüllt und jetzt habe ich gesehen da fahre ich noch ein bisschen was am wasser und dann füllen wir das schnell mal auf und dann schauen wir was wir noch zu machen haben vielen dank für ihre netten kommentare was ihr das letzte mal da gelassen habt ich hoffe ihr habt gute weihnachten feiern dabei schauen wir doch mal die wiese gerade uns oder ne ja die geht bei uns da will ich sagen schnappen wir uns einmal kontakt mit mühberg und so schnapp maginus edin hier steht ja scheiß mehr weg auf das wenig ist mit mir lust ja 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 all ja 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 Ich werde es nicht mehr sehen, ob ich es nicht mehr sehen kann, ob ich es nicht mehr sehen kann. und jubeln und schau so das machen wir schneller zum Gewichtnuss obwohl wir jetzt eh schon fleissig ja, das war das eh, weiss man, das haben wir doch stehen weiss, weiss, wir sind eine andere zu den Kollegen da Das war's für heute. Und dann geht es da hin, auch ständig geht es zwar nicht, aber ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020